Der KFC-Besuch hat mir wirklich sehr viel Spaß zubereitet. Nämlich war es so, ich bin so mit meinen Eltern zu KFC gegangen und eigentlich hatte ich wirklich am meisten Spaß am Getränkespender. Wir hatten auf jeden Fall ein tolles Menü. Mir hat es Spaß gemacht, wirklich. Bei KFC ist es so, da kannst du nicht nur essen, sondern da hast du auch Spaß. Da hat es so Anlagen, wo ihr nicht wisst, was da los ist, ohne Scheiß. Die Frau an der Kasse sah aus wie ein LOL-ESL-Spieler. Nein, aber das Beste von allen ist, ich will ein Merch rausbringen. Ich habe mir überlegt, dass ich so Armbänder verkaufe. Aber das wäre ja so eine Abzocke, denn so welche Armbänder kosten bis zu 5 Euro. Da habe ich mir noch was Billigeres überlegt. Ein Hoodie für 45 Euro. Nice! Okay, nee, Spaß. Bock habt auf Merch? Wenn ja, lass es 222 Likes. Werd ich auf jeden Fall einen Merch rausbringen. Ich werde mich darum kümmern. Ihr dürft mir... Irgendwelche Sachen jetzt in den Kommentaren schreibt. Werde ich mir sowieso nicht durchlesen. Ich hatte mal 4 Kekse und habe einen gegessen. Da hatte ich bloß noch 3. Likes! ARD Text im Auftrag von Funk